Boah, dein Samen stinkt nach Kot, Mann! Der rote Punkt ist voll... Boah, ja! Ja, übertreib halt komplett, wie so ein Nazi-Nikolaus! Boah, Lars on Fire! Jaaaaaaaaaa! Fick doch deine todeskranke Oma auf Jungen Sterbebärte! Boah, voll in deine Schnauze! Wahnsinn! Nein, der schafft echt ein Wahnsinn, ey! Alter, Eure... Jetzt bin ich nicht... Ah! Booyah! Kannst du einfach den Willen verlieren? Nein! BAM! Nein! Ja! Nein! Ja, also das war wohl der schlechteste Sprung, den ich seit Jahren gemacht habe. Ja! Ich füge mal, Kai. Easy, Kai. Boah, der kommt schon runter, du kleine Fotze! Alles, Kai? Kleine Fotze! Kleine Fotze! Kleine Fotze! Ah! 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 Ja genau, genau! Critically hit the trick and hold for the best, oder was? Oh man, das gehauen! Ein paar mehr davon. Ja genau, laber halt scheiße über meine Mutter. Guck halt noch mehr Bildschirn. Hab das nicht! Hast du? Nicht? Doch! Nein, doch! Du furcht immer noch mit 6 Punkten. Ja, weil du jetzt anfängst zum Bildschirn gucken. Ich guck kein Bildschirn, du Schwanzlutscher! Aber wie ist ein Bildschirn? Genauso viel wie du Schwänze lutschst, oder? Also, wie stark bin denn Bildschirn im Gucken, hä? Ziemlich stark. Aha, dann lutschst du also ziemlich stark an Schwänzen! Nein! Doch! Haben wir jetzt ziemlich auf der Schwanz gelutscht? Jaaa, komm! Jaaaa, komm! Ich meine, die helligen sind einfach runter! Boah, jaaaa! Warte, ich tut ja halt nicht! Das war voll so geworfen, dass ich dich runter hau. Ah! Boah! Boah! Jaaaa, komm! Und die schaut gar nicht zum Kotzen! Die lutscht Schwänze für 50 Cent! Na... Jaaa, ich geb dir den Headshop und packen... Jaaa, komm!